Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kiosk und ich habe die neuen Live-Legende neben mir. Legenden sind immer tot, gell? Dachte ich bei dir, bis du heute kamst. Da muss ich ausschlippen! Da muss ich ausschlippen! Viele wissen ja wirklich nicht, ich habe mich damals in den Medien bei NeunLive geworben. Und dann war ich zum Vorstellungsgespräch und dann kam raus, dass dein Live zumacht. Du wurdest erst mal nicht genommen, das muss man vielleicht dazu sagen. Erst mal wurdest du nicht genommen und zwei Wochen später kam raus, dass wir zumachen. Also erst mal war die Niederlage da bei dir. Ja, das stimmt. Und deswegen machen wir jetzt einen neuen Live im Kiosk mit dem einzig wahren NeunLive-Moderator, den wir alle noch kennen. Alida Kuras hatte leider keine Zeit, deswegen ist Max da. Gewonnen! Und noch ein Wort. Haben Sie noch eins? Sagen Sie es nicht! Sagen Sie es nicht! Sagen Sie es nicht! Trier! So, der raus, kriegt kein Geld. Raus! Ich werde hier live im Fernsehen nicht angeschissen, sowas gibt es hier bei mir schon mal gar nicht. Ja? Wer aggressiv wird, ich komme privat nach Hause, sowas läuft hier nicht. Also wir warten jetzt auf Kunden, sobald sie hier reinkommen und ihre Ware auf den Tresen legen, werde ich sie fragen, ob die nicht ein Quiz mit uns machen wollen. Dann wird dieser Sound ertönen. Und dann geht es auch schon los und Sie können Ihre Ware verdoppeln. Hallo! Hätten Sie vielleicht Lust auf ein Quiz? Ne? Ne. Okay, schade. Sie hat Nein gesagt. Zugeschlagen. Mitten im Quiz, einen wunderschönen guten Tag. Jetzt bist du Kandidat. So schnell geht's. Papa hält das Mikrofon. Wir sind das Quiz-Queues heute und ihr könnt heute den Einkauf verdoppeln. Heißt also, ihr kriegt quasi das Geld zurück, müsst nichts bezahlen und kriegt den Einkauf doppelt. Ja. Habt ihr Bock? Ja! Wie heißt du denn? Nangik. Nangik. Und du? Hanno. Hanno und Janik, kommt mal mit. Wir wollen von euch wissen. Ein Wort mit S am Anfang und E am Ende. Insgesamt fünf Buchstaben. Ihr habt fünf Sekunden Zeit, euch ein Wort zu überlegen. Drei, zwei, eins. Los! Seele. Die Seele. Seele ist richtig. Gewonnen! Darfst du einstellen. Ich danke. Dasselbe. Tschüss. Heute läuft ein Quiz-Kiosk. Wunderbar. Mittendrin im Quiz. Du kannst den Tabak jetzt gewinnen und zwar doppelt. Ohne, dass du was bezahlen musst. Ganz einfach. Komm mit. Der erste Kandidat hat schon gewonnen. Wir suchen ein Wort mit insgesamt fünf Buchstaben. Vorne muss das S stehen, hinten das E. Du hast zehn Sekunden Zeit. Ab jetzt. Überlege. Sonne. Sonne ist richtig. Gewonnen. Junge. 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 Junge gewonnen. Was ist los? Doppelt. Schreib mal auf. Klasse. Du hast gewonnen. Zweimal Tabakabfahrt. Na klar. Cooler Typ, Junge. So. Zugeschlagen. Mitten im Quiz-Kiosk. Wunderschönen guten Tag. Welcher Bergste sind die Frau? Silvana. 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 Du kaufst dir Zigaretten. Kannst jetzt kostenfrei, hör zu, kostenfrei zwei Zigaretten bekommen. Ohne dass du was bezahlen musst. Deinen Einkauf quasi verdoppeln. Es geht um ein kurzes Quiz. Wir suchen jetzt von dir ein Wort mit insgesamt fünf Buchstaben. Vorne muss das S stehen, hinten muss das E stehen. Seele und Sonne wurde schon genannt von zwei Gewinnern. Du hast dafür 15 Sekunden. Entspann dich, geh durch. Ganz einfaches Wort. Also ich hoffe, ihr habt das jetzt richtig verstanden. Ich würde jetzt Summe sagen. Summe. Alter, die hat gewonnen. Silvana, bevor die Zeit losging. Summe ist richtig. Gut. So. Doppelter Tabak. Alles Gute. Liebe Grüße. Gut gespielt. Gut. Wir müssen es schwerer machen. Wir müssen es schwerer machen. Wir müssen mehr Druck machen. Geht ja einem Gewinner nach dem anderen raus. Geht ja nicht. So. Und da sind wir auch schon im Quiz-Kiosk. Ein herzliches Willkommen. Sie können gewinnen. Und zwar die doppelte Anzahl der Zigaretten für umsonst. Fünf Buchstaben ergeben ein Wort. Der erste Kandidat hat Seele gesagt, Sonne und dann Summe. Du hast 30 Sekunden und starten die 30 Sekunden ab jetzt. Überlege. Einfaches Wort. Summe. Summe. Steht schon da. Summe. Summe. Mit U darfst du nicht sagen. Weil U an zweiter Stelle. Hier müssen irgendein andere Buchstabe hin. Außer U, O und E. Überlege. Leider vorbei. Leider vorbei. Trotzdem. Danke fürs Mitspielen. Trostpreis gibt's natürlich. Danke fürs Mitspielen. Alles Gute. Schöne Woche. So. Zugeschlagen. Herzlich willkommen im Quiz-Kiosk. Du kannst gewinnen. Jetzt hör genau zu, um was es geht. Du hast einen Großeinkauf gemacht. Dreimal Tabak hier. Wir verdoppeln deinen Einkauf, ohne dass du was bezahlen musst. Du weißt, es geht jetzt um richtig viel. Du hast richtig eingepackt hier. 30 Euro ungefähr Warnwert. Du hast jetzt 30 Sekunden Zeit. Wir haben neun Buchstaben, ein Wort. Das ergibt ein Wort. Du musst gucken, wie du die Buchstaben zusammensetzt. Neun Buchstaben sind's. Ein Wort. Drei, zwei, eins. Los. Markus. Alle neun Buchstaben. Was steht da? Garten. Ja, ja, ja. Was steht denn da jetzt? Na komm, sag's. Es geht um viel. Du kriegst richtig Kohle, Junge. Drei, zwei. Na komm, sag's. Na, vorbei. Na dran. Leider nicht. Kannst du ihn ab. Aber Trostpreis gibt's. Trostpreis gibt's. Kriegst noch ein Getränk. Im Quiskios. Du bist der? Beto. Beto. Eine Frage stelle ich dir. Komm mit mir. Hier ist unsere Gewinnflipchart. Ja. Wir haben neun Buchstaben. Ja. Und diese neun Buchstaben müssen zu einem Wort zusammengefügt werden. Du hast 45 Sekunden Zeit. Wenn du's weißt, haust es raus und gewinnst das, was du hast, hast mal zwei. Ja. Und bitte. Gartenzaun? Gartenzaun. Ist falsch. Es steht nicht Gartenzaun. Es muss ein anderes Wort sein. Hab ich mal versucht? Leider nein. Du kriegst aber einen Trostpreis. Komm mal mit. Das kriegst du. Das darfst du bezahlen. Das da kriegst du geschenkt. Das Mikrofon gibst du mir wieder. Wünsche dir ein schönes Wochenende trotzdem. Danke dir. Hi. Herzlich willkommen beim Quiskios. Das ist dein Mikrofon. Du bist live dabei. Du bist der? Martin. Martin. Servus mein Lieber. Ich bin der Max. Komm mit mir. Es ist ganz einfach. Du hast jetzt gleich eine Minute Zeit und musst diese neun Buchstaben zu einem Wort bilden. Du musst alle neun Buchstaben verwenden. Und wenn du es richtig hast, dann kriegst du deinen Einkauf doppelt ohne zu bezahlen. Zeit läuft. Du hast eine Minute Zeit. Guck mal, dass du alle Buchstaben verwendest. Und dann ist es ein Wort, was wir alle kennen. Gartenzaun wäre mir direkt eingefallen, aber ... Ich geb dir ne Hilfestellung. Wir sind im Bereich der Sehfähigkeit. Wenn's damit nicht so gut läuft, dann geh ich zum ... Ja! Gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Ey, das kam wie aus der Pistole geschossen. Ganz ehrlich. Ohne Tipps. Ohne Hilfe. Markus, komm mit. Du hast gewonnen. Weltklasse. Der Kiosk, Aaron Troschke. Ich hau hier alles raus. Alles. Die können alles gewinnen. Das, 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 das. Den ganzen Laden machen wir leer. Klasse. Jetzt spielen wir die nächsten Runden Ja-Nein. Der Kandidat unterhält sich mit mir eine Minute lang und darf nicht Ja und nicht Nein sagen. Wie das funktioniert, werden wir gleich sehen. Und vor allem, ob es funktioniert und ob sie es hinkriegen. Es ist schwierig. Es ist nicht ganz einfach. Oh, herzlich willkommen im Quizkios. Einen herzlichen guten Tag. Du bist die? Sophia. Sophia. Wir spielen ein Spiel. Das Spiel geht wie voll. Komm hierher. Wir unterhalten uns ganz normal. So wie eben auch gerade auch. Das Einzige, was du nicht machen darfst, ist, du darfst nicht Ja und nicht Nein sagen. Musst aber in ganzen Sätzen antworten. Nicht kann sein, weiß nicht, kann sein, weiß nicht. Sondern ganz normal dich mit mir unterhalten, so als wäre ich dein Vater. 60 Sekunden. Es geht los. Drei, zwei, eins und bitte. Ich habe deinen Namen vergessen. Du bist die? Ich bin die Sophia. Sophia. Genau. Gut. Und du wohnst in Berlin? Seit zwei Wochen. Seit zwei Wochen erst? Ja. Ist vorbei. Ist schon verloren. Hast du ja Ja gesagt. Komm, wir gehen mal zum Trostpreis. So, schau mal. Du kannst dir hier von unseren Gannik-Sorten eine aussuchen. Ja, oberste Reihe. Der hat nämlich die wilde Pflaume. Einmal die wilde Pflaume machen wir. Klasse. Alles Gute euch. Wiedersehen. Aaron. Ja, wie war es denn überhaupt? Also erst mal war es sensationell. Viele richtige Antworten, viele Falschantworten. Der Chat hat gesagt, öfters mal Quiskios. Chat, ich hatte ja die Idee, als ich oben zugeschaut habe, dass wir Quiskios machen, aber auch mit dem Handy, wo Leute regelmäßig aus dem Chat anrufen und du dann rangehst und sonst liegt es rum. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mal in die Kommentare, dann machen wir es regelmäßig. Ihr habt dann die Chance auf Twitch bei Max oder uns mitzumachen oder ihr kommt einfach mal vorbei. So sieht es aus. Der goldene Ehren hab ich. 750er Gelbgold. Komplett. Was steht drauf? Hab ich hat zwei Haar. Zugeschlagen. Lösung, bitte. Ja, hab ich. Hab ich. So. Ist es leider nicht, aber gute Antwort. Drei, zwei, sechs. Wenigstens hat Hab ich ein Haar. Hab ich da zwei Haar. Das werden wir jetzt sagen. Ich bin schon genauso blöd. Genauso blöd bin ich. Mein Twitch, da steht an. Ist klar im Vorteil. Ja, aber warum steht da nicht mein Name drauf? Ja, das ist. So weit sind wir noch nicht. Soll ich das Gleiche machen wie du mit der Vase? Vorsicht. Halt das gut fest. Ja. Der ist für dich, ähm, hat kaum jemand. Du schenkst es allen, die Reichweite haben. Also wenn es euch gefallen hat, in die Kommentare, Aaron hat es ja gerade gesagt. Machen wir es regelmäßig. Ich hab heute auch gerade die Idee gehabt. Wir machen es einfach, wer Twitch im Onlineshop bestellt, hinterlegt seine Nummer, dann kannst du so gucken. Wir rufen die Leute an und dann kriegen sie entweder das Doppelte oder eben nichts. Richtig. Hab ich nicht verstanden, aber so machen wir es. Euch eine schöne Zeit. Aaron, danke. Bis bald. Hey, ich bin der Tobi von Absolut Germany. Wir sind ja richtig dicker Kiosk-Kumpel und deswegen freut's auch uns, wenn ihr ein Abo da lasst und zwar hier. Und wenn wir schon mal dabei sind, haben wir auch noch ein geiles Video für euch. Das gibt's hier. Gerne mal reinklicken. Sch понравiert. bly